Hunter Biden noch nicht gehört, Bro. Was geht da ab? Sohn von Joe Biden. Okay, was passiert? Auf seinem Lappi wurden Kinderfotos gefunden und das FBI hat seinen Lappi leider verloren. Ah, komisch. Zufall, wa? Leider verloren, Digga. Oh nein. Ist mir aus der Tasche gefallen, Digga. Konnte ich nichts tun. Konnte ich nichts machen. Nicht nice, Digga. Echt nicht nice. Die beiden, der beiden ist sowieso ein ganz komischer Coach, Digga. Sag ich dir ehrlich. Das war eine Theorie von einem Jahr mit den Vorwürfen und hat sich diesen Monat alles bewahrheitet. Kam natürlich nicht in die Hauptmedien. Das kennen wir doch schon, das Spielchen. Das kennen wir doch schon, das Spielchen, Bro. Da überrascht mich auch gar nichts mehr, Bruder. Kann ich auch echt einfach nicht nachvollziehen, Digga. Wie man, wie man... Ach, Bro. Lass uns nicht in das Thema reinsteigen. Dann wird es wieder sehr, sehr negativ, Bruder. Ich weiß noch, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, was so in Hollywood abgeht. Bezüglich auch... Pizzas, Digga. Um es mal so auszudrücken. Hat mich sehr, sehr lange auch beschäftigt. Ist schon krass, Bruder. Aber lass uns auf die guten Seiten des Lebens konzentrieren. Lass uns auf die guten Seiten des Lebens konzentrieren. Es gibt so viel Scheiße auf der Welt, Bruder. Es passiert so viel Scheiße auf der Welt. Aber es gibt auch ein paar gute Dinge. Darauf sollten wir uns irgendwie fokussieren. Bin ich aktuell auf jeden Fall. Also aktuell mache ich das so, dass ich mich gar nicht mehr so viel mit Scheiß beschäftige. Ich habe mir sehr viel reingezogen. Ich habe einen Überblick bekommen, wie die Welt funktioniert und wie viel Scheiße auch auf der Welt läuft. Jetzt will ich mich wieder auf meinen inneren Seelenfrieden konzentrieren und auf positive Sachen, positive Dinge tun, positive Dinge machen und weiterkommen im Leben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Survive. Ganz genau, Digga. In diese Sparte darf man gar nicht reingehen. Sonst wird man nur traurig. Oida. Oida. Sonst wird man nur traurig. Oida. Aufs Gute konzentrieren, dann wird alles gut. Ja, safe, Bruder. So denke ich auch. Ich sage so, generell ist es nicht schlecht, so ein bisschen Verständnis zu bekommen. Ich will die Zeit nicht missen, in der ich mich auch viel informiert habe und so. Auch sehr viel Scheiße gesehen habe auch. Ist klar. Aber manchmal muss man auch, man muss gar nichts erst mal. Aber manchmal ist es eigentlich, also manchmal ist es nicht schlecht, wenn man so ein Grundverständnis dafür hat, was auf der Welt passiert, wo was auf der Welt passiert, wie die Menschen drauf sind, auch die mächtigen Menschen, so ein bisschen so einen Überblick verschaffen. Aber sich konstant nur mit solchen Sachen zu beschäftigen, stimmt einem Menschen sehr, sehr negativ. Sehe ich genauso. Man darf die gute Seite vom Leben halt nicht vergessen. Du kannst dich auch mit dem Scheiß beschäftigen, aber konzentrier dich am Tag. Wenn dein Tag 100% hat, guck, dass du dich überwiegend, also mindestens 70% mit guten Dingen beschäftigst. So denke ich. Was bedeutet Seelenfrieden für dich? Ein sehr abstraktes Konstrukt. Ja, das kann auch am Ende des Tages jeder für sich definieren. Seelenfrieden bedeutet für mich, dass es mir innerlich gut geht, dass es meiner Seele gut geht. Dass ich erstmal einen Zugang zu meinem Inneren habe, zu meiner Seele, zu meinem Kern. Und wenn ich diesen Zugang gefunden habe, dann ist auch viel Scheiße drin. Hat sich über die Jahre bei den meisten Menschen so aufgestaut, in der Seele, in einem drin, im Kern. Sehr viel Scheiße drin. Sehr viel wurde auch eingetrichtert. Sehr viele Glaubenssätze haben sich so etabliert über die Jahre. Kindheit, Schule, Arbeitswelt etc. Um das wieder aufzuräumen. Weißt du, wie ich meine? Zu entcracken. Und dann deine Seele wieder frei zu machen. Frei zu sein einfach. Bedeutet für mich Seelenfrieden. Aber innerliche Freiheit. Jetzt nicht äußerliche Freiheit. Die ist auch sehr, sehr wichtig. Und die kann auch einen Beitrag zum Seelenfrieden beitragen. Aber wenn ich jetzt gerade hier von Seelenfrieden rede, dann meine ich so innen drin. Das sehe ich anders. Jemmo sagt gerade, Seelenfrieden heißt auch weniger Horizont haben. Wenn man über Sachen denkt, wie gerade eben Pizza, wird man nie glücklich. Na, das sehe ich anders, Bro. Also Seelenfrieden heißt für mich nicht, weniger Horizont zu haben, sondern der Umgang mit diesem Horizont. Wie sehr lässt du die Sachen, die in der Welt passieren, oder was passiert, an dich rankommen. Und dazu brauchst du halt erstmal den Zugang zu dir selber. Und dann musst du dir halt neue Glaubenssätze aneignen, die dir auch zum Beispiel möglich machen, dich mit Scheiße zu beschäftigen. Aber du lässt es halt nicht rein. Weißt du, was ich meine so? Du musst halt einen Filter aufbauen. So denke ich. Also ich sage schon, also ich bin der Meinung, dass man sich schon mit solchen Sachen beschäftigen kann. Aber man muss halt schauen, auf welchem Level man sich gerade befindet. Weil viele nehmen auch Sachen unterbewusst. Auf, weißt du, wie ich meine so? Also die beschäftigen sich damit und denken, das hat keine Auswirkungen und nehmen die Sachen unterbewusst auf, weil sie keinen Zugang zu ihrem Kern, zu sich selbst innen drin haben. Einfach nur konsumieren, konsumieren, konsumieren und sich dann irgendwann wundern, warum es den Scheiße geht. So weißt du so? Das Wichtigste ist für mich, bewusst zu konsumieren, dass du bewusst dir die Sachen reinziehst und dann halt auch guckst, was dich überhaupt treffen kann und was nicht. Und ich glaube, umso mehr du dich selbst gefunden hast, umso stabiler du mit dir und deinem Kern in Verbindung bist, umso weniger schaffen es dich auch negative Informationen, Nachrichten etc. aus der Bahn zu werfen. Jamo meint gerade, das Wasser kann ein Schiff entern lassen, aber nur, wenn das Wasser in das Schiff läuft und das Schiff sind wir. Die Metapher ist cool, Digga, und ich weiß auch, was du meinst, nur würde das halt bedeuten, dass wir uns gewisse Sachen gar nicht reinziehen dürfen. Und das glaube ich halt irgendwie nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, wie stabil du bist und wie du mit den Sachen umgehen kannst. Weil so müsstest du dir halt, ja, dann müsstest du dich abschotten und darfst dich ja über gar nichts mehr informieren, was irgendwie, vielleicht auch mal irgendwas, so schlechte Gedanken mit sich bringen könnten. Weißt du, wie ich meine? Man darf halt nicht drin versinken. Das Positive muss immer größer sein. Ja, wie du schon sagst, man muss sich bewusst darüber sein, was und wie viel man konsumiert. Genau. Hundertprozentig. Bro, seit wann hast du die Rückenschmerzen? Genau. Seit sechs Monaten ungefähr. Da, wo ich den Talk, den Van Talk mit Justine gemacht habe, an dem Tag, kurz davor, glaube ich, war es. Kurz davor, kurz davor haben die Schmerzen angefangen. Ein paar Tage davor. Bro, wie oft gehst du aktuell Fitness oder machst du nur Homeworkout? Ich gehe aktuell nicht so oft wegen meinem Rücken. Ich habe jetzt ein bisschen runtergeschraubt einfach. Ich habe jetzt für die nächsten Wochen zwei bis drei Physiotermine pro Tag, pro Tag sage ich, zwei bis drei Physiotermine die Woche und das ist bei mir der Hauptfokus. Pumpen mache ich jetzt gerade erst mal nur nebenbei. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass diese scheiß Rückenschmerzen wieder in den Griff kommen und deswegen erst mal pump it out, man. Bei mir ist auch, meine Genetik ist gut. Ich bin auch ein Motherfucker, wenn ich trainieren gehe, deswegen mache ich mir auch keine Sorgen oder darf mir keine Sorgen machen. Ich muss es im Kopf hinbekommen. Ich werde, wenn die Schmerzen wieder weg sind, auch schnell wieder aufbauen. Ich darf mir jetzt diesen Druck nicht geben von wegen, boah, du musst unbedingt breit sein. Also jedes Mal, wenn ich mich im Spiegel angucke und merke halt, wie ich nicht mehr so stabil bin, dann kriege ich halt Parasor. Das ist wie eine Sucht. Und alle Leute, die trainieren, die wissen das. Das ist so voll der, das ist voll der, voll der Struggle. So, wenn du einmal über zehn Jahre immer trainiert hast und einen guten Körper hast, so, wenn du dann auf einmal Schmerzen hast und jetzt irgendwie Physiotherapie machen musst und nicht mehr so hart trainieren darfst und dadurch deine Muskeln weggehen, Bruder, das ist wie Folter. Das ist wie Folter. Aber ich kriege das schon hin. Ich schätze. Undankbarer Sportsack kam oder brutal undankbar. Wirklich brutal undankbar. Du verlierst den, also du verlierst auch diesen Pump, verliert man halt schnell, Wasser geht direkt raus. Da ist es schon, ist schon sehr undankbar und sehr belastend auch. Wie viel wiegst du mit 1,91? Um die 100. Hatte Erkältung, direkt Paras bekommen. Ja, ja so. Man baut auch relativ schnell wieder auf, wenn man drei bis sechs Monate Fitness durchzieht. Ja, ja, vor allen Dingen bei mir, Mann, ich habe jetzt seit elf, zwölf Jahren trainiere ich wirklich konstant und durchgehend. Du wirst nie wieder so schnell, also du wirst, diesen athletischen Look werde ich so schnell nicht mehr verlieren. Aber der Pump und so geht halt weg. Weißt du, die Stabilität geht ein bisschen weg und dann schiebt man direkt Paranoia. Aber der Körper erinnert sich ja auch, also dein Gehirn erinnert sich daran, dass du schon mal Muskeln hattest oder an welchen Stellen du auch Muskeln hattest und baut auch ganz schnell also viel schneller wieder Muskeln auf, als wenn du ganz neu empfängst zu trainieren. Weh, wie ich mähen. Muscle Memory, ganz genau, Bruder. Ganz genau, Bro. Man kriegt aber schnell wieder eine kleine Plauze, ärgere ich mich auch mit rum. Hab gesehen, du auch. Ja, nee, Bruder, ich habe jetzt meine Ernährung auch ein bisschen umgestellt. Ich esse nicht mehr so viel. Ich esse nicht mehr so viel und habe jetzt auch schon wieder ein bisschen Bauch abgenommen. Ich mag das auch nicht. Selbst wenn ich jetzt Muskeln abbaue, ich habe keinen Bock auf Plauze. Also dann lieber wenig essen und komplett abnehmen. Ja.